guten morgen zusammen es ist schon sonntag früh mittlerweile und es ist noch eine episode zu spielen die zeit war sogar schon abgelaufen ich habe mir jetzt für fünf goldstücke eine stunde erkauft hat noch 38 minuten übrig und ach so ja genau da fange ich mal an wieder quer zu flicken weil senkreht passiert ja nichts ok also los geht's 14.366 hoffe ich mal dass ich in 38 minuten so weit bin ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, er hat nicht die Kombination gemacht. Also habe ich einen Booster verschwendet, aber er hat ja nicht Kraft. Ähm. Hm. Den will ich aber nicht. Schon eher. Ja. So delicious. So delicious. So delicious. So delicious. So. 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 Das macht einem alles kaputt hier. Ach, es ist knapp, aber... Hm. Du siehst? Du siehst? Du siehst? Du siehst? Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Wie und wo und was. Okay, es wird jetzt verdammt eng. Das heißt, da werde ich wohl mit Werbung arbeiten müssen. Ja, das war ein bisschen dämlich. Ich hätte erst mal gucken sollen. Eieieiei. Also auf jeden Fall Werbung. Und dann hoffen. Eieieiei. So, dreimal Werbung. Das wird jetzt trotzdem noch verdammt eng. Hm, okay. Okay. Tja, so gehen die Minuten ins Land. Ich bin mal gespannt. Es wird eng. Ich bin mal gespannt. Das war's für heute. Das war's für heute. Und weiter. Na komm. Und weiter. 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 Die Zeit aufholen. Und weiter. 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 weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Und weiter. 安. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, immerhin. Wunderkugel erreicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, und einen noch. Huh. 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 Juicy. So delicious. Juicy. Juicy. Hm. Das ist auch wieder so knapp, ey. Menno. Ach, ich mach einmal so. Dann mal gucken. Hm. Gut. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Sonntag zu wünschen und eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns wahrscheinlich am kommenden Freitag, nehm ich mal stark an. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Macht's gut. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.